Es ist der gefährlichste Model-Wettbewerb, den es je gab. Ich gehe einfach nur nach Hause. Oh mein Gott. Das ist aber voll schrecklich. Bei Million Dollar Shooting Star treten 10 professionelle Models unter extremen Bedingungen gegeneinander an. Ihr Ziel, den Chatbot in Höhe von einer Million Dollar gewinnen. Die Spielregeln der Sendung sind simpel. Für insgesamt 10 anspruchsvolle Fotoshootings reisen die Models in 5 verschiedene Länder. Pro Lanz gibt es zwei Shootings, für die jeweils 100.000 Dollar Preisgeld an die Gewinnerin, also das Model mit dem schönsten Foto vergeben werden. Wir suchen ein einzigartiges Foto. Das Geld wird jedoch nicht gleich bar ausbezahlt, sondern wandert zunächst in den persönlichen Save der Gewinnerin. Den Schlüssel dazu und im besten Fall eine Million Dollar erhält nur die Siegerin des Finales von Million Dollar Shooting Star. Und ihm stimmt am Ende der fünf Folgen nicht die Jury, sondern der Zuschauer. Ich bin froh, dass ich nicht die Entscheidung treffen muss. Das wäre ziemlich hart für mich. Neben der besten eines Shootings werden aber auch immer die beiden schlechtesten ausgewählt. Diese müssen sich dann in einem sogenannten Shootout duellieren. Ein Shooting, bei dem es nur einen Schuss gibt. Wer hier verliert, muss gehen. Der heutige Auftakt der Sendung findet in einer besonderen Location statt. Willkommen in meiner Heimat. Willkommen in Israel. Ja, noch jubeln die Mädchen. Noch wissen sie auch nicht, was auf sie zukommen wird. Ich habe zu große Angst hier. Und was sie an ihre Grenzen bringen wird. Könnte ich kurz mit dir reden, Bar? Ich kann den Druck, den die Mädchen haben, verstehen. Für sie ist es nicht nur eine Erfahrung, für sie ist es vor allem der Druck zu gewinnen und alles zu geben. Mein Herz pocht jetzt schon ein wenig. Ich brauche gerade ein bisschen Kraft. Ist ja gerade ein bisschen schwer. Das ist eine der verrücktesten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Models und Jury am Hande der Verzweiflung. Viel nackte Haut und böse Malheurchen. Das und mehr beim extremsten Fotoshooting der Welt. Million Dollar Shooting Star. Heute um 20.15 Uhr im Sat.1. Dass die Jungs dann gleich ins Fitnessstudio gegangen sind, das war irgendwo vorherzusehen. Weil sie wollten jetzt irgendwie die Mädels imponieren und zeigen, wer...